Herzlich willkommen im TV-Studio der Apobank. Wir freuen uns sehr, die Expo Farm Impuls in unserem Studio begrüßen zu können. Mit unserem Engagement als Zu-Gast-Partner der Expo Farm Impuls wollen wir dazu beitragen, Ihnen auch dieses Jahr viele Impulse für Ihre alltägliche Arbeit in der Apotheke zu geben und die Diskussion zu aktuellen und praxisrelevanten Themen zu ermöglichen. Wir wünschen Ihnen interessante Beiträge und einen lebendigen Austausch mit allen Teilnehmern dieses neuen digitalen Formats. Und es geht auch direkt los. Ihr Moderator ist Herr Dr. Alexander Rawati. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen hier zur Expo Farm Impuls. Wir sind zu Gast im Haus der Apobank in Düsseldorf. Und bevor wir in unseren nächsten Slot reingehen, möchte ich kurz mich selbst als Moderator vorstellen. Mein Name ist Alexander Rawati. Ich bin Apotheker und bin Geschäftsführer der Rawati-Seminare und auch der Pharma4U GmbH. Und ja, das Thema heute, was uns bewegt, ist im Bereich Apothekenmanagement. Und ja, da bin ich durchaus in Kontakt mitgekommen, weil wir natürlich im Bereich der Seminarbegleitung dieses Thema auch betreut haben. Und so freue ich mich sehr, dass wir heute mit einem, ich denke, spannenden Diskussionsbeitrag hier und auch tollen Vorträgen Sie zu diesem Thema gut informieren können. Das heutige Thema ist ein Thema, das in der Apothekenfinanzierung, aber auch in der Apothekenübernahme und in der Apothekenbegleitung liegt. Wir haben den Slot Apothekenfinanzierung, Abgabe und Bewertung und das Wichtige dabei, mit der richtigen Strategie erfolgreich ans Ziel. Und da darf ich Ihnen zunächst die beiden Vortragenden des heutigen Tages vorstellen. Und da ist zum einen der Herr Hemme, Herr Hans Heinrich Hemme von der Apobank, ist Abteilungsdirektor in der Filiale Hannover und ist schon seit 1999 hier tätig und als Bankbetriebswirt, auch Spezialist für das Thema Finanzierung von Apotheken. Auch andere Dinge, die im Bereich der Gründung liegen, eine Begleitung auch persönlicher Vermögensaufbau und Vermögensverwaltung gehören zu seinen Schwerpunkten. Und ich freue mich, Ihren Vortrag zu diesem Thema zu hören. Herr Hemme, bitte. Ja, liebe Zuschauer und Zuhörer, ich möchte Sie mal mitnehmen in die Blickwinkel eines Finanzierungspartners, wenn es um die Finanzierung einer Apotheke oder einer Filiale geht. Apothekenfinanzierung, worauf es ankommt, das soll in den nächsten zehn Minuten Ihnen mal ein Stück weit näher gebracht werden. Die Headline oder der Arbeitstitel ist, mit der richtigen Finanzierung ist alles ganz einfach. Und das schauen wir uns mal an, wo die Fallstrecke im Detail liegen. Der Schritt in die Selbstständigkeit oder eben in die weitere Filialisierung. Ich fange jetzt mal bewusst an mit einer etwas provokativen Folie. Sie werden sehen, da sind unten einige Zahlen angedruckt. Basis dafür ist eine Umfrage, die unter angestellten Heilberuflern mal durchgeführt worden ist, die sich mit den Gedanken der Selbstständigkeit oder der Filialfinanzierung auseinandergesetzt haben. Ja, auffällig ist, dass einige Dinge abschrecken, nämlich die unternehmerischen Aspekte. Sprich, ich muss mich um alles kümmern, Personal einstellen, das Botenfahrzeug muss getankt werden und und und. Der bürokratische Aufwand, das ist mittlerweile, glaube ich, in Fleisch und Blut übergegangen, nämlich sich um Rabattverträge, Präqualifikation und solche Dinge zu kümmern. Und ein Großteil sah auch die Arbeitsbelastung als deutlich ansteigend. Das Schlimmste aber war, oder die größte Zahl, die finanziellen Risiken. Was bedeutet das? Ich unterschreibe jetzt für einen großen Geldbetrag, für den ich hafte. Und das hat viele eben abgehalten. Aber die gleichen Teilnehmer wurden nochmal befragt, nachdem sie den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen sind. Und überraschenderweise haben 90 Prozent gesagt, das war die richtige Entscheidung, die würde ich genauso nochmal treffen. Und das hat eine Ursache. Die gucken wir uns jetzt einfach mal an. Aus meiner Tätigkeit im Finanzierungsbereich weiß ich, dass viele, viele Fehler gemacht werden können. Und Fehler gleich Chancen ist oben mal angepinnt. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Aber schauen wir uns das jetzt mal im Einzelnen an. Lebensplanung wird oft nicht berücksichtigt. Die Existenzgründung ist schon ein entscheidender Beitrag oder ein entscheidender Meilenstein in der Lebensplanung eines jeden Apothekers, weil nicht nur eine Einkommensgrundlage, sondern für viele, viele Jahre auch eine berufliche Tätigkeit irgendwo festgelegt wird. Des Weiteren ist die Vorbereitung teilweise sehr überhastet und bestehende Möglichkeiten am Markt. Es gibt eine ganze Reihe an Experten, die Ahnung haben, die in einen vollen Werkzeugkoffer hingestellt haben, wo man beherzt reingreifen kann und man kriegt sogar die Anleitung noch dazu. Wird oftmals nicht genutzt. Also Stichwort, ich kann mir ein Netzwerk bilden oder ich kann es lassen. Oftmals passiert dies eben nicht. Ja, das, was dann dabei rauskommt, ist dann häufig durch handwerkliche Fehler gekennzeichnet. Das sind Betriebsmittel, die sind einfach zu knapp kalkuliert. Es gibt Fehler und Mängel im Investitions- und Finanzierungsplan. Das zieht sich dann weiter bis in die Liquidität. Ja, und in ganz, ganz schlimmen Fällen schließe ich mir gleich die Tür zu Subventionen, zu irgendwelchen Fördertöpfen, die im Grunde genommen, wenn ich irgendwelche Spielregeln nur im Vorfeld nicht richtig beachtet habe, zugehen. Sprich, das gesamte Finanzierungskonzept ist eigentlich mangelhaft, was dabei rauskommt. Dann die Branchenkenntnisse der Partner, mit denen ich eine Finanzierung bespreche, mich beraten lasse. Die sollte geben sein. Anders findet keine Beratung auf Augenhöhe statt, weil die Branche der Pharmazie, die hat schon Besonderheiten und das aus gutem Grund. Lebensplanung hatte ich angesprochen, ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich erlebe meine Kunden, die lerne ich kennen, eigentlich ganz, ganz links mit entweder gar keinem Kapital oder wenig Kapital. Und wenn man die mal fragt, wie willst du in 20, 30 Jahren denn deinen Lebensstandard genießen, soll es ein auskömmlicher Ruhestand sein. Man will bequem leben können, man will unbeschwert leben können. Und das ist im Grunde die horizontale Zeitachse, auf der es gilt, in der aktiven Phase Vermögen zu bilden, in der ich dann in der passiven Phase dann vonzerren kann und letztendlich so, wie es da steht, gut leben kann. Ob das die private Immobilie ist, vermietete Immobilien, ein Unternehmenswert in Form einer Apotheke, wenn ich gut gewirtschaftet habe, die ich nur verkaufen kann, flankiert durch beispielsweise Rentenansprüche, private Rentenansprüche oder eben noch Vermögenswerte, die ich noch zusätzlich aufgesattelt habe. Das ist eine Frage des Geschmackes. Fakt ist, dieser Turm muss so groß sein, dass alles andere funktioniert. Das ist jetzt nur mal sehr, sehr grob skizziert. Im Echtbetrieb machen wir das viel, viel feiner. Was ist mit Familie? Was ist mit bestimmten Hobbys, die vielleicht Geld kosten und ähnliches? Das muss alles reinpassen. Also dieser Bereich nimmt schon eine gewisse Zeit in Anspruch in Form der Beratung, ist aber ein ganz, ganz elementarer und wichtiger Bereich. Dann, wenn wir das geklärt haben und die passende Apotheke gefunden haben, dann geht es an den Investitionsplan und dann wird es spannend. Oftmals hört das am Unternehmenswert auf, vielleicht noch beim Bahnlager. Ich unterhalte mich schon sehr, sehr genau mit meinen Kunden darüber, welche Investitionen kennst du per heute noch, die vielleicht kommen oder in den nächsten Jahren kommen. Dann müssen wir das Finanzierungsmodell so aufbauen, dass alles noch reinpasst, weil der Finanzierungsplan basiert auf dem Investitionsplan und wenn im Investitionsplan Fehler gemacht worden sind, ziehen sich diese Fehler wie ein roter Faden in den Finanzierungsplan hinein und sorgen dann später mal für Probleme oder für eine unkomfortable Situation. Es gibt ein paar Grundsätze, die es nicht zu missachten gilt, nämlich langfristige Investitionen sollen langfristig finanziert werden, kurzfristige kurzfristig. Bedeutet, wenn ich den Ehrgeiz habe, meinen Unternehmenswert sehr, sehr kurzfristig zu finanzieren, bedeutet das, dass mir die Ruhm und Ehre dann gebührt, dass ich sehr, sehr schnell schuldenfrei bin, aber mich vielleicht im privaten Bereich extremst einschränken muss und für gewisse Dinge einfach kein Spielraum mehr ist und umgekehrt das Botenfahrzeug über 20 Jahre zu finanzieren, ist sicherlich auch nicht die beste Idee. Das ist in der Zwischenzeit schon dreimal ausgetauscht worden. Also das einmal zum Grundsatz langfristig langfristig, kurzfristig kurzfristig. Dann geht es weiter, die Betriebsmittel. Das heißt, alles, was ich brauche, um mein Geschäft tatsächlich operativ im Gange zu halten, angefangen mit den Mietzahlungen, Personalzahlungen, Warenbezug, Bevorratung und so weiter, muss ich adäquat ableisten können, teilweise aufgrund der Kondition schon in Vorleistung gehen. Sprich, das decke ich über Kontokarrentlinien in entsprechender Größenordnung ab. Das wird einfach ermittelt, das wird so wie der Geschäftsbetrieb mit seinen Besonderheiten analysiert und dann gibt es dort die passende Linie. Mietsicherheit, tun Sie mir bitte den Gefallen, kein Bargeld beim Vermieter hinterlegen. In 20 Jahren findet keiner mehr die Quittung, man streitet sich über das Geld. Das Beste ist einfach eine Bürgschaft da zu hinterlegen, die wird dann bei Übergabe des Mietvertrages einfach ausgetauscht und das Thema ist erledigt. Fördermittel einbinden, wenn es möglich ist. Ja, auf jeden Fall. Da schauen wir auch immer drauf, wo Sie passen, werden wir auch Sie dort an die Hand nehmen und oder wird der Finanzierungspartner Sie an die Hand nehmen und dort durchleiten. Wenn das erledigt ist, sind wir bei dem Thema Sicherheiten und da reichen mir, wenn Sie mit mir in den Gesprächen sind, erstmal die, dass die Honorargelder über unser Konto laufen, das denken wir durch eine Abtretungserklärung und für den Fall, dass unser Betriebsinhaber verstirbt, braucht man eine Risiko-Lebensversicherung und sollte der Fall eintreten, dass sich unser Kunde trotz der besten Planung vorzeitig entscheidet, die Apotheke zu verkaufen, muss sichergestellt sein, dass der Verkaufserlös zu uns auf die Konten fließt, weil wir die Darlehen tilgen müssen. Gerade bei öffentlichen Darlehen ist es eine Vorgabe. Da reicht uns dann eine Abtretung des Verkaufserlöses auf. Bürgschaften ist ein viel besprochenes Thema. Da spreche ich auch immer mit meinen Kunden über das Thema Ehegattenbürgschaft, wenn Unternehmensverschiebung oder Risikoverschiebung vom Unternehmen und das Vermögen in den Privatbereich verschoben werden sollen, auf den Ehepartner. Im Falle einer Scheidung kann das mal problematisch werden und die Ehegattenbürgschaft schützt dann den Apotheker und letztendlich alle, die da irgendwo im Risiko stehen, vor überzogenen Ansprüchen. Das ist aber, wie gesagt, ein separates Thema. Sollten Sie nur mal gehört haben, welche Bedeutung das hat. Dann die Basis für eine positive Finanzierungsentscheidung. Da gibt es einmal die Sichtweise des Finanzierungspartners, aber auch die Sichtweise von Ihnen als Apotheker, die Sichtweise von mir als Finanzierungsberater. Wenn Sie mich als Person überzeugt haben, Sie zu dem Vorgang passen, dann ist die persönliche Kreditwürdigkeit für mich mit einem grünen Haken versehen. Des Weiteren haben wir an der Apotheke in der Zwischenzeit gewackelt, alle Kennzahlen auseinandergenommen und uns davon überzeugt, dass der Betrieb auch langfristig in der Lage ist, die materiellen Ansprüche, die die Finanzierung, die ihre Lebensplanung da beansprucht, einfach zu decken. Sprich, die materielle Kreditwürdigkeit ist auch abgehakt. Das heißt, von meiner Seite wäre das der Punkt, wo ich sage, Ampel steht auf grün, wollen Sie auch. Unser Kunde oder mein Kunde, der sollte dann draufschauen und sollte dann für sich feststellen, passt diese Finanzierung zu meiner Lebensplanung oder muss ich meine Lebensplanung in irgendeiner Form verbiegen. Wenn wir ordentlich gearbeitet haben, ergänzt die Finanzierungsstruktur und der Betrieb eigentlich die Lebensziele und auch der Kunde kann dort einen grünen Haken hinter machen. Die weiteren Bedingungen wie Sicherheiten und Konditionen sollten nicht entscheidend sein, also nicht für den Erfolg entscheidend sein. Sprich, wenn der Finanzierungspartner ein überdurchschnittliches Anforderungsprofil an die Sicherheiten stellt, dann sollte man nochmal zwei Stellen zurückspulen und einfach nochmal schauen, haben wir irgendwelche Risiken nicht sorgfältig beachtet oder hat jemand das noch nicht richtig verstanden, um was es geht. Also kurzum, wenn wir alle ordentlich gearbeitet haben, die Sicherheitenstellungen auf der Vorseite sind im Normalfall ausreichend. Das Fazit, und da kehrt sich jetzt die eingangs genannte Folie um, wenn Sie die Lebensplanung richtig berücksichtigt haben, die in dem Projekt mit durchgeplant haben, wenn das Vorhaben sorgfältig durchbegleitet worden ist, wenn Sie das Netzwerk gebildet und genutzt haben, jegliche Form der Unterstützung, ob es Seminare, Workshops, Checklisten etc. pp. sind, genutzt haben, dann sollte da ein Finanzierungsmodell rauskommen, was eigentlich dem Bereich der Maßkonfektionen spricht und nicht von der Stange zu suchen ist. Und Sie sollten das Ganze auf jeden Fall mit Personen tun, die Branchenprofis sind, die von dem, was sie haben oder das, was sie tun, eine ganze Menge verstehen. Das gilt allerdings nicht nur für den Moment der Finanzierung, sondern auch für die Zeit danach. Also diejenigen, die den Apothekenmarkt länger beobachten, solche Dinge wie Corona oder ähnliches, da braucht man schon Leute an Bord, die nicht nervös werden. Das nur mal so als Beispiel. Kurzum, aus den Fehlerquellen, wenn ich die ordentlich behandle, brauche ich mir keine Angst machen, das wären eher Chancen und können das ganze Vorhaben abrunden. Wenn es mir gelungen ist, dass Sie ein Stück weit auf die Seite oder die Sichtweise, die ein Finanzierungspartner an ein solches Forum ranlegt, das vermitteln konnten, dann würde mich das sehr freuen. Wenn es weitere Fragen gibt, dürfen Sie mich gerne unter den eingeblendeten Kontaktdaten dazu noch kontaktieren, befragen. Ja, herzlichen Dank, Herr Hemme, für den interessanten Vortrag. Ich freue mich schon gleich auf die Diskussion. Aber bevor wir dort hinkommen, würde ich gerne die zweite Referentin dieses Themenkomplexes vorstellen. Es ist von der Treuhand Hannover. Die Frau Silke Wolf, Frau Wolf ist Rechtsökonomin, hat sich mit dem Thema Marktentwicklung beschäftigt und begleitet als Spezialistin Apothekenübergabe, aber auch Apothekenübernahmen. Denn da gibt es einiges, was zu beachten ist. Und ich denke, ein Apotheker ist gut beraten, sich da begleiten zu lassen. Und solche Herausforderungen sind Ihr, ja, man könnte sagen Tagesgeschäft. Und deswegen freue ich mich auch hier auf den Vortrag, bei dem Sie sicherlich Dinge skizzieren werden, die bei der Apothekenübergabe und Übernahme zu beachten sind. Ja, ich bin heute da, um Ihnen zum Thema Apothekenabgabe bzw. Apothekenübernahme das Thema ein bisschen näher zu bringen bzw. Sie mit der richtigen Strategie erfolgreich an Ihr Ziel zu bringen, Ihnen bei den ersten Schritten zu helfen oder bei den weiteren Schritten. Vielleicht haben Sie schon welche geplant. Und ich will mich heute einfach mal mit Ihnen gemeinsam auf einen Marktplatz bewegen. Ein Marktplatz, auf dem Angebot und Nachfrage herrschen, wo Sie was angeboten bekommen, was anbieten können oder wo Sie was suchen können und dort auch Preise miteinander vergleichen können, Waren miteinander vergleichen können. So ist das letztendlich auch mit Unternehmen. Also wenn Sie sich auf den Weg machen, ein Unternehmen zu finden, zu suchen, sollten Sie mit dem Marktplatz anfangen. Also einfach mal gucken, was wird angeboten, was gibt es. So kann ich schon ein bisschen vergleichen und kann überlegen, ist das für mich die 1a Ware, 1b Ware, ist es eine eventuell Ware. Und ich als Verkäufer kann auf diesem Markt eben auch gucken, ich habe ein bestimmtes Produkt, kann das hier anbieten und wen kann ich eigentlich damit ansprechen mit meiner Ware. Wer kommt, wer interessiert sich dafür, in welcher Form, welche Fragen bringen meine Kunden mit und wie kann ich mich präsentieren mit meiner Ware. Warenpräsentationen, also die Apothekenabgabe, der Apothekenverkauf ist damit ein ganz entscheidendes Thema für sich und auch das Thema auf dem Marktplatz, auf dem Sie sich tummeln. Stellen Sie sich vor, Sie möchten was anbieten und das gestaltet sich so wie auf meiner Folie. Das heißt, hier ist dargestellt, dass Angebot und Nachfrage nicht immer übereinpassen und dass da was gesucht wird, was vielleicht im Moment nicht angeboten wird oder aber das, was angeboten wird, was nicht gesucht worden ist. Das gilt übrigens auch für größere Apotheken oder mehr Fialverbünde, die heute angeboten werden und die es ja gibt auf dem Markt, die aber doch vielleicht so nicht ihre Übernehmer finden. Wenn man sich klassischerweise in die Lage eines Existenzgründers beispielsweise versetzt, ist ein Mehrfialverbund nicht unbedingt das, was ein Käufer auf dem Markt suchen wird und wo vielleicht auch bestimmte Ängste und Bedenken bestehen, ein solches Unternehmen zu übernehmen. Sie sollten sich mit den Fragen beschäftigen, was sind meine persönlichen Ziele? Wann will ich mein Unternehmen verkaufen? Wie will ich es verkaufen? Warum will ich es verkaufen? Was sind die Besonderheiten meines Unternehmens? Welche Möglichkeiten gibt es? Kann ich alle Fragen zu meinem Unternehmen beantworten hinsichtlich des Standorts und der Zukunftssicherheit? Als Käufer sollte ich mir die Frage stellen, welcher Unternehmertyp bin ich? Bin ich der Unternehmertyp, der vielleicht doch gerne aufs Land geht und dort eine ländliche Apotheke mit viel Stammkundschaft übernimmt? Oder bin ich eher der Stadtmensch und brauche den Trubel, die vielen wechselnden Kunden, das schnelle Geschäft, die volle Apotheke, die langen Öffnungszeiten? Oder fühle ich mich vielleicht doch in so Mischlagen wohl? All diese Fragen müssen Sie sich stellen und beantworten, um dann gut gepackt mit einem gefüllten Korb der Antworten, die geklärt sind, an diesem Markt teilzunehmen. Die Frage, die Sie sich auch stellen müssen, ist, wie möchte ich eine Apotheke kaufen bzw. verkaufen? Es gibt das klassische Modell des Verkaufs, Kauf, Übernahme zu einem gewissen Zeitpunkt, geregelt in einem Kaufvertrag. Alles ist geregelt, die Apotheke geht auf den Nachfolger über, der Verkäufer ist in dem Moment heraus aus dem Betrieb und der Käufer steht in dem Moment in dem Betrieb drin. Das ist die häufigste Form, wie man heute ein Unternehmen verkauft bzw. erwirbt. Oder möchte ich doch vielleicht, weil es beispielsweise eine größere Unternehmensform ist, wie ein Mehrfialverbund, eine schrittweise Übergabe meines Betriebes oder eine schrittweise Eingewöhnungsphase, in dem wir vielleicht über einen gewissen Zeitraum gemeinsam miteinander arbeiten. Also Verkäufer, Verkäufer in einem Betrieb, beispielsweise in Form von einer ORG-Gründung. Beide sind Gesellschafter und man übergibt den Betrieb sukzessive über einen gewissen Zeitraum, auf den man sich vorher einigt. Der weitere Punkt, der Ihnen zur Verfügung steht, ist, über eine Verpachtung bzw. Pacht nachzudenken. Ist das eine Möglichkeit, gibt mein Unternehmen das her, als Pachtapotheke am Markt zu bestehen? Und als Käufer natürlich möchte ich eine Apotheke pachten, also langsam in das Thema Selbstständigkeit erstmal ausprobieren, in Form der Pacht, um dann dort hineinzuwachsen. Meine Erfahrung ist, dass doch viele, sei es auf Käufer- oder Verkäuferseite, in der Mitte meiner Treppe anfangen. Das heißt, Sie befinden sich meistens im grauen Bereich der ersten Treppenstufe. Das heißt, man fängt häufig an, sich erst den Käufer zu suchen. Der Käufer fängt häufig an, sich erst das Objekt zu suchen und sich dann alle Fragen zu stellen. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich auf unserem Marktplatz und Sie bieten Ihr Unternehmen an. Das Erste, was gefragt wird, ist von einem Käufer, was soll es kosten? Wenn Sie die Frage nicht beantworten können, dann ist das schon schlecht auf dem Marktplatz, dass Sie in dem Moment schon zusammenkommen mit Ihrem Käufer. Deswegen ist es wichtig, dass Sie sich wirklich an die Treppe halten und dass Sie beispielsweise anfangen mit der Fragestellung, wie ist mein Betrieb strukturiert, gibt es Besonderheiten, wie ist meine Kostenstruktur strukturiert, wie ist mein Mitarbeiterstamm strukturiert, wie zukunftssicher ist mein Unternehmen und dass ich mich eben als Käufer frage, welcher Unternehmertyp bin ich? Steht meine Familie vollkommen dahinter bei meinem Vorhaben? Sprechen alle Rahmenbedingungen dafür, dass ich mich selbstständig mache? Wie viel Zeit will ich investieren in mein zukünftiges Vorhaben? Und natürlich ist in dem Zusammenhang auch sehr wichtig, dass Sie den Wert der Apotheke ermitteln beziehungsweise Sie als Käufer dem Wert mitgeteilt bekommen. Was soll es kosten, was Sie interessiert? Weil nur mit diesem Betrag können Sie weitere Überlegungen anstellen. Und da ist es natürlich wichtig, dass der Wert, der Kaufpreis, den Sie sich vorstellen für Ihr Unternehmen bekommen, vernünftig hergeleitet wird. Es gibt unterschiedliche Verfahren, wie zum Beispiel das Ertragswertverfahren. Man kann den Jahresgewinn einer Apotheke hochrechnen. Man kann Angebot und Nachfrage berücksichtigen. In ländlichen Bereichen haben wir mit Sicherheit andere Preise wie in städtischen Bereichen. Letztendlich ist wichtig, dass aus diesem Gesamtzusammenspiel eine realistische Kaufpreisvorstellung herauskommt, die es gilt, am Markt zu bestehen. Für einen Verkäufer, für einen Käufer, dass auch sichergestellt ist, dass ein Käufer beispielsweise eine Finanzierung für diesen Betrag erhält und damit zukunftssicher aufgestellt ist. Wenn Sie das ermittelt haben, einer der wichtigsten Punkte bei der Apothekenabgabe, dann gilt es, Ihren individuellen Verfügungsrahmen festzustellen. Heute lebe ich aus dem Gewinn meiner Apotheke. Woraus lebe ich zukünftig? Ich bekomme einen Veräußerungsgewinn, der versteuert werden muss, wo ich mir die Frage stellen muss, wie viel bleibt am Ende des Tages als Verfügungsbetrag für mich übrig? Als Käufer genauso. Was passiert, wenn ich den aufgerufenen Kaufpreis bezahle, ein Unternehmen übernehme, Gewinne daraus erziele, den Gewinn versteuern muss, nun zuständig bin für meine Vorsorgeleistungen und meine Tilgung bei der Bank? Was bleibt da für mich? Also das gilt es einfach mal zu betrachten. Wie ist die Vergangenheit und wie wird meine Zukunft sein? Wenn Sie all diese Fragen beantwortet haben, dann können Sie anfangen mit der grauen Treppe, mit der Suche nach dem Käufer, nach dem Objekt, um dann alle weiteren Bausteine darauf aufzubauen, wie nämlich zum Beispiel die Kaufpreisverhandlung und die Vertragsgestaltung hinsichtlich des Kauf- und Mietvertrages und den Finanzierungsprozess bis hin zur Erteilung der Betriebserlaubnis. Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen das Thema Apothekenkauf oder Apothekenverkauf ein bisschen näher bringen konnte. Sprechen Sie mich gerne an. Ich bin gerne für Fragen für Sie da. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an Frau Wolf für diesen interessanten ersten Eindruck zum Thema. Und dann würde ich sagen, es ist eine gute Gelegenheit, gleich in die Diskussion überzugehen. Denn hier stellen sich natürlich auch Fragen. Und ich bin sehr gespannt, zu welchen gemeinsamen Erkenntnissen wir dabei kommen. Und da würde ich gleich auch an Frau Wolf mit der ersten Frage anknüpfen. Käufer und Verkäufer zusammenzubringen ist ja ein wichtiger Punkt. Und ich werde auch gelegentlich im Rahmen von Seminaren gefragt, was ist der beste Weg, den zu finden? Also, wen spricht man an? Wer ist zuständig? Wer könnte Ansprechpartner sein, um Käufer und Verkäufer zusammenzubringen, um einen Weg in eine gemeinsame Lösung, was die Übergabe der Apotheke angeht, zu finden? Ja, es gibt natürlich zahlreiche Möglichkeiten, nach dem richtigen Käufer zu suchen beziehungsweise den zu finden. Einer der Möglichkeiten ist beispielsweise, dass ich erst mal unter meinen Angestellten gucke. Wer kommt dafür in Frage? Und traue ich der Person das auch zu? Und die zweite Frage, die ich mir stellen muss, ist, gibt es vielleicht eine Börse, die ich mir bedienen kann, wo vielleicht gelistete Interessenten sind, die für mein Vorhaben zur Verfügung stellen? Und wie arbeiten diese Börsen, um mich mit diesem Interessenten zusammenzukommen? Was bedeutet das? Welche Parameter spielen da eine Rolle? Und dann gibt es noch natürlich ein paar andere Möglichkeiten. Der Großhandel ist ja auch eine Möglichkeit, um eventuelle Interessenten zu finden. Und natürlich die klassischen Zeitschriften, in denen man seinen Betrieb anbieten kann und einfach gucken kann, welche Zuschriften bekomme ich da. Ja, vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein guter Weg, da den Kontakt zu knüpfen, sich da an verschiedene Bereiche zu wenden, wenn man selbst niemanden im Visier hat, sozusagen, da die richtigen Ansprechpartner zu finden. Ja, vielen Dank. Nächste Frage würde ich gerne an eine Hemme stellen. Das Thema Kapital aufbringen, wenn man eine Selbstständigkeit vorhat, ich spreche von Eigenkapital, ist sicherlich ein wichtiges Thema für viele. Die fragen sich dann auch, habe ich schon genug Eigenkapital oder muss ich noch sparen? Wo kriege ich das her? Da wäre mal die Frage an Sie, als Spezielles von der Apobank. Wie viel Prozent Eigenkapital braucht man etwa? Woran orientiert man sich da? Was erwarten Sie auch als Bank? Und wo sind gesetzliche Vorgaben, die man erfüllen muss seitens des Kreditnehmers? Okay, fangen wir mit dem letzten Mal an. Das Einfachste, eine gesetzliche Vorgabe, wie viel Eigenkapital ich einbinden muss bei einer Existenzgründung, gibt es nicht. Also da können wir hinter dem Thema schon mal einen Haken hinter machen. Des Weiteren erlebe ich tatsächlich die Existenzgründer schon. Ja, ich habe ja noch nicht genug Eigenkapital, ich kann das Thema noch gar nicht weiter angehen. Ich weiß nicht, wie dieser Gedanke sich in den Köpfen da festgesetzt hat. Also das Eigenkapital, das Klammern aber definitiv mal raus hat, also in dem Bereich nicht zu suchen. Und zwar aus gutem Grund. Ein Projekt, eine wirtschaftliche Existenz, die ich mit meiner Apotheke, die ich übernehmen will, finden will, die muss auch ohne Eigenkapital funktionieren. Sprich, der Kapitaldienst und alles, was dort raus jetzt an Finanzierung zu bedienen ist, muss aus dem Projekt erwirtschaftbar sein. Und es muss mir auch eine adäquate Lebenshaltung ermöglichen. Also wenn wir später vielleicht nochmal auch über das Thema Lebensplanung sprechen, das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sprich, das Eigenkapital als solches, wenn ich das brauche, um überhaupt die Finanzierung gängig zu machen, dann ist das Projekt als solches so schwach, dass es eigentlich lieber nicht anfassen sollte. Das Eigenkapital hat eigentlich bei einer privaten Baufinanzierung eine ganz andere Bedeutung, weil dort sind die Zinsen steuerlich nicht abzugsfähig, dort mindert es meinen Kapitaldienst, den ich irgendwo mit einer Vergleichsmiete vergleiche. Aber im Bereich Existenzgründung, liebe Zuschauer, Eigenkapital brauchen Sie nicht. Und wenn die Finanzierung nur mit Eigenkapital funktionieren sollte, dann ist irgendwas faul, dann bitte die Finger davon zu lassen. Wenn Institute Eigenkapital fordern, gilt genau das Gleiche. Also dann ist das Projekt als solches nicht verstanden worden. Projekt muss stark genug sein, dass es ohne Eigenkapital funktioniert. Ausrufezeichen. Gut, vielen Dank. Jetzt haben wir also gehört, dass Eigenkapital nicht unbedingt notwendig ist. Und wenn dann ein Interessent überlegt, diese Entscheidung zu treffen, in die Selbstständigkeit zu gehen, dann ist der richtige Zeitpunkt, also wenn auch nicht von Eigenkapital abhängig, dann doch von anderen Dingen abhängig. Deswegen die Frage an Frau Wolf. Der richtige Zeitpunkt, den Einstieg zu finden, ich glaube, das ist eine der schwersten Fragen überhaupt, selbst wenn man vorhat, selbstständig zu sein, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist eine große Herausforderung. Und der richtige Zeitpunkt ist, glaube ich, auch ein Thema, was Sie mit Ihren Klienten besprechen. Was würden Sie da, ja, wie würden Sie das Thema angehen? Ja, das ist in der Tat eine Fragestellung, die ganz wichtig ist in dem Zusammenhang. Und zwar unterrichten wir auch die Pharmaziestudenten in den Universitäten. Und wenn man da mal so die Frage stellt, so im sechsten, siebten Semester, wer plant, sich selbstständig zu machen, da gehen bei 100 Hände vielleicht zwei hoch. Und wenn man mit den Personen in der Pause spricht, ist es klar, es gibt eine Apotheke in der Familie, also der Weg ist so ein bisschen geebnet. Meine Erfahrung ist, dass das Thema Selbstständigkeit doch ein bisschen zeitverzögert kommt. Also erst mal ins Berufsleben einzusteigen, die ersten Erfahrungen machen, oft bis in die Position Filialleitung, weil man dort in der Position ist, wo meistens der Wunsch auch reift. Man trägt eine Verantwortung für eine Filiale. Der Chef steht ja dann häufig im Hauptbetrieb oder in anderen Filialen und ist eigentlich verantwortlich dafür und stellt sich dann die Frage, warum soll ich das eigentlich nicht für mich selbst und für meinen eigenen Geldbeutel machen. Das ist eigentlich der wichtigste Erkenntnisschritt, wenn man so an dem Punkt ist. Und neben dem gehört für mich noch das Thema, wie verträgt sich das mit meiner Familie? Stehen meine wichtigsten Familienmitglieder hinter meiner Entscheidung, mich selbstständig zu machen, um dann mit den Fragen, wenn das bejaht worden ist, sich auf den Weg zu machen? Also da einfach gründlich in die Recherche gehen, bin ich auch der Unternehmertyp und traue ich mir die eigenverantwortliche Führung eines Unternehmens, eine Apotheke ist ein Unternehmen, auch zu. Das sind Dinge, die liegen vor allen Dingen im Bereich der persönlichen Merkmale und der persönlichen Lebenssituation, auch dem, was man möchte. Aber ich glaube, beim richtigen Zeitpunkt für die Entscheidung einer Apothekenübernahme ist auch die Marktsituation sicher interessant für diejenigen, die den richtigen Zeitpunkt angehen. Und es gibt in der Vergangenheit immer wieder mal Situationen in der Berufspolitik, die durchaus Sorge machen. Das kann man auch an der Stelle mal offen ansprechen. Das sind im Moment vor allen Dingen die Themen der Digitalisierung im Rahmen der Einführung der elektronischen Verordnungen und die Frage, wie entwickelt sich die klassische Vorort-Apotheke im Rahmen eines sich wandelnden digitalisierten Umfeldes. Eine Frage, mit der sich viele Kollegen derzeit beschäftigen, sowohl diejenigen, die bereits in der Selbstständigkeit sind, als auch diejenigen, die es planen zu werden. Wie gehen Sie mit diesen Sorgen um oder auch vielleicht mit einer gewissen Zurückhaltung angesichts des berufspolitischen Umfeldes? Also die Fragen kommen tatsächlich laufend auf den Tisch. Die triggern wir auch selbst aktiv an. Die Wahrheit ist, die Richtung ist, es geht nach vorne. Also vorwärts ist die Richtung. Ich kann mich vor den Trend der Zeit nicht verschließen. Ich bin seit über 20 Jahren jetzt in dem Bereich der Gesundheitswesen, auch im Apothekenfinanzierung tätig. Die Apotheken, das Apothekensterben wurde mehrfach vorausgesagt. Es ist 2003 nämlich als das Beitragssatz oder Beitragssatzsicherungsgesetz, ich kriege den Namen gar nicht mehr zusammen, kam. Wenn das so in dieser Form durchgekommen hätte, es ist dramatische Auswirkungen auf den Großhandel gehabt. Fakt ist, die Zahlen sind danach besser geworden. Das heißt, die Apotheker haben schon sehr, sehr gut geschafft, das ganze Thema zu kompensieren. Das bedeutet auch, die Betriebsgrößen sind größer geworden. Nicht unbedingt, dass jetzt die Apotheken größer geworden sind, sondern man arbeitet und wirtschaftet effektiver. Ich kannte Rohgewinne noch, die waren jenseits der 30 Prozent dabei. Das sind heute mittlerweile Farbelwerte. Also die Wahrheit liegt mittlerweile im mittleren 20er-Bereich an Rohgewinnen. Das Ganze wurde kompensiert. Das heißt, die Apotheken sind größer geworden und da hat sicherlich die Digitalisierung einen Beitrag zugeleistet, während vor einigen Jahren Kommissionierer eigentlich noch Exoten waren, sind sie mehr oder weniger zum Standard geworden. Heimbelieferung mit den entsprechenden Automaten ist auch ein Thema. Also die Digitalisierung ist schon definitiv da. Was Prozesse angeht, definitiv auch. So, und die Gesetze, die da kommen werden, sind letztendlich einfach nur Herausforderungen. Das sind Rahmenbedingungen, die sich verändern. Und die Akteure, das ist ähnlich wie auf dem Fußballspiel, wenn der Schiedsrichter das Spiel etwas lockerer pfeift, dann passieren Dinge auf dem Platz, die nicht mehr passieren, wenn der Schiedsrichter etwas strenger pfeift. Also, ich muss mich dann an die Spielregeln halten und wenn ich das tue, dann werde ich auch in diesem Marktumfeld bestehen. Und diejenigen, die das tun, die werden weiter wachsen und diejenigen, die es nicht tun, die werden schrumpfen. Also ist es quasi die Herausforderung, mit der Digitalisierung zu wachsen, modern sich anzupassen an die Bedürfnisse des Marktes, das ist eine Herausforderung, die muss ein junger Kollege annehmen, der heute in die Selbstständigkeit geht und muss die richtigen Stellhebel setzen, um erfolgreich zu sein. Das sind Chancen. Chancen, aber auch Risiken. Und da würde ich gerne nochmal auf ein Thema eingehen, womit ich gelegentlich als Frage konfrontiert werde. Sie haben eben das Thema private Baufinanzierung mal angesprochen, an anderer Stelle, wo es um Eigenkapital ging. Da geht es um eine Frage, mit der ich öfter mal konfrontiert werde, nämlich der Erwartungshaltung an Zinsen, die man zahlen muss, für einen Kredit, den man bereitgestellt bekommt. Und da kommt so eine Erwartungshaltung mittlerweile, angesichts der günstigen Marktzinsen von Zinssätzen, die liegen irgendwo zwischen 0 und 1 Prozent. Und manchmal sieht man verwunderte Augen, dass bei einer Betriebsgründung mehr an Zinsen bezahlt werden soll. Wie gehen Sie damit um? Und wie erklärt man das auch? Kann man das vermitteln? Ist das ein Risikothema? Wie bringen Sie das näher, dass dort nicht genau das Gleiche gilt wie bei einem Hausbau? Ja, also das Existenzgründungsthema mit der Zinssatz ist letztendlich ja lediglich ein Preis für eine Dienstleistung, die ich bekomme, nämlich Geld zu beschaffen, zu bekommen. Mehr ist es jetzt erstmal nicht. Also damit will ich es jetzt nicht kleinreden. Viel wichtiger ist das, was ich im Vorfeld gesagt habe, sich mit der Lebensplanung auseinanderzusetzen, sich mit dem Projekt beschäftigen. Wie stark ist das Projekt als solches? Die Zinsen sind eine betriebswirtschaftliche Größenordnung, die in der Kalkulation dazu führen, dass mein Betriebsergebnis ein Stück weit größer, ein Stück weit niedriger ausfällt, sind aber nicht das entscheidende Kriterien über Erfolg und Misserfolg. Wenn das das Thema wäre, dass selbst bei einer Schenkung, reden wir über die 0 Prozent, die Sie gerade angesprochen haben, dann maximal die Apotheke funktionieren würde, dann würde ich sagen, Finger von. Finger von. Wenn eine Apotheke gut situiert, es stark ist und selbst ein Marktzinsniveau abkönnte, plus ein Prozent, dann ist es eher ein solider Betrieb. Also kurzum, am Zins kann ich mich orientieren, ist eher eine betriebswirtschaftliche Größe. Aber der Erfolg für eine erfolgreiche Finanzierung, erfolgreiche Existenzgründung, hängt definitiv nicht am Zins. Im privaten Bereich, da schlagen die Kosten steuerlich auch noch voll durch. Und da werden oftmals auch große Finanzierungsvolumina für private Einfamilienhäuser bewegt. Da ist der Zinsschatz schon ein Stück weit sensibler, aber nicht für ein Existenzgründungsprojekt. Dann, wenn das irgendwo kritisch ist, dann ist handwerklich vorher schlecht gearbeitet worden. Gut. Jetzt gilt ja die Deutsche Apotheke und Ärztebank auch als Spezialist in der wirtschaftlichen Begleitung von Heilberufen. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, wo ich durchaus gelegentlich auch mal sage, wer da einen Spezialisten will, wer Top-Service will, der muss sicherlich die eine oder andere Anforderungen annehmen, die es, wenn man im Marktvergleich schaut, über Zinsen, über Gebühren für Steuerberater, das sind vielleicht auch Themen, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen. Sie möchten natürlich auch den Apotheker oder auch den Arzt begleiten als dem Spezialisten, den er braucht, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Was sind Argumente, die Sie haben als Treuhand, als Spezialist, dass Sie quasi, was können Sie besser in der Begleitung eines Heilberuflers als vielleicht ein, ich sage es mal, Wald- und Wiesensteuerberater? Ja, das liegt in der Natur der Sache ja schon. Dadurch, dass man spezialisiert, unterwegs ist im Markt der Heilberufer, heißt es im Umkehrschluss, dass man sich mit keinen anderen Berufsständen auskennt. Also, faktisch würde es uns ja auch schwerfallen, Tischlereien, Gärtnereien steuerlich so sinnvoll zu begleiten, dass sie zukunftssicher ausgestellt sind. Und was bedeutet denn Steuerberatung mit der modernen Heute? Heute bedeutet Steuerberatung, ja, ich muss Zukunft vorausschauen, planen in eine Zukunft, die vor uns liegt, hinsichtlich auch Corona und all das, was in den letzten Jahren eine Rolle gespielt hat, im Apothekenmarkt zu sagen, ich will eine vorausschauende Planung für unsere Kunden. Das heißt, ich bewege mich eigentlich weniger in der Vergangenheit, was ja Steuerberater in der Regel tun, dadurch, dass sie immer die vergangenen Jahre oder vergangene Monate ja buchen, sondern vielmehr daraus, wie war die Apotheke in der Vergangenheit aufgestellt und wie bewegt sich der Markt, sodass wir zukunftssicher im richtigen Moment die richtigen Schritte unternehmen, um den Betrieb sinnvoll zukunftssicher zu gestalten. Und das hebt uns sicherlich vom Markt ab, dadurch, dass wir uns ja nicht nur mit den Zahlen von Apotheken beschäftigen, sondern natürlich auch alle anderen Auswirkungen kennen, die am Markt passieren, die resultieren aus Arzneimittelungsneuordnungsgesetzen, die jetzt resultieren aus der Corona-Zeit, resultieren aus den Betriebsschließungen. Da ist ja die Frage, will ich mich einem Spezialisten bedienen oder reicht mir jemand, der meine Zahlen verbucht? Da spielt nochmal das Thema Kaufpreis rein. Wir hatten eben darüber gesprochen, wie sich sozusagen ein Start in die Selbstständigkeit realisieren lässt, indem ich im Prinzip eine Summe aufbringe, auch etwas zu übernehmen aus Sicht eines Käufers. Wie würden Sie einen fairen Preis beurteilen, wenn eine Apotheke avisiert ist, in unserem Falle und eine Vorstellung da ist, die ja sowohl ein Verkäufer sich bilden muss, als auch ein Käufer, den Sie beraten, aber den auch eine Bank insofern berät, als dass eine Bank auch natürlich daran Interesse hat, dass der Zins oder der Kaufpreis in dem Falle erstmal angemessen ist. Also einen angemessenen Kaufpreis. Ich kam selber noch aus meiner Vaterapothekenzeit irgendwo aus einer Größe von 30 Prozent vom Umsatz. Das war mal vor Jahrzehnten eine Kenngröße. Da gibt es, glaube ich, heute bessere Verfahren, das zu bewerten oder auch zu beurteilen, was die Kaufpreisangemessenheit angeht. Ja, wir haben ja so viele Besonderheiten mittlerweile im Apothekenmarkt, dass das, was früher eben möglich war, heute nicht mehr gilt. X Prozent vom Umsatz, das sind doch Dinge, die mir tagtäglich noch im Markt so begegnen und mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Für mich ist es ganz wichtig, wenn ich zu einem realistischen, marktgerechten Kaufpreis finden möchte, mit dem ich am Markt bestehen kann, wenn ich mein Unternehmen verkaufen will, dass ich nicht nur meine Sichtweise auf das Unternehmen, das wäre so klassischerweise das Ertragswertverfahren nach betriebswirtschaftlichen Grundlagen, da wird ein Zukunftserfolg in die Zukunft kapitalisiert. Jetzt ist die Frage, wie finde ich zu diesem Zukunftserfolg? Das können jetzt unterschiedliche Berater unterschiedlich sehen, was zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, liegt in der Natur der Sache. Dass ich mich mit mehreren Sichtweisen beschäftige, mit meiner Sichtweise als Verkäufer, was wäre es wert im Ertragswertverfahren? Das ist, denke ich, das einzige anerkannte Verfahren, was zulässig ist. Die zweite Sichtweise ist für mich die Käuferseite. Wie beurteilt der Käufer den aufgerufenen Kaufpreis, auch im Hinblick auf die Finanzierungsgespräche mit der Bank? Die Bank gibt natürlich auch ihre Beurteilung zu dem aufgerufenen Kaufpreis an und mir als Verkäufer nützt das natürlich nichts, wenn der zu hoch ist. Und der dritte wichtige Punkt, den ich nicht außer Acht lassen sollte, ist Angebot und Nachfrage. Dadurch werden die Preise gesteuert im Markt, was ja dazu führt, dass wenn wir eine Apotheke in Kölner Innenstadtlage haben und wir haben eins zu eins dieselbe Apotheke mit denselben Kennzeiten, alles ist identisch, auch alle Zukunftsaussichten sind identisch, stellen wir nach Mecklenburg-Vorpommern. Da kann sich, glaube ich, jeder die Frage beantworten, ob die beiden Unternehmen jetzt nur den gleichen Kaufpreis erzielen würden. Und das ist was, was man nicht außer Acht lassen kann. Für mich gehören drei Betrachtungsweisen am Ende des Tages dazu, sodass man gut aufgestellt ist. Gut, vielen Dank. Von Ihrer Seite eine kurze Einschätzung dazu? Ja, also das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Worauf achte ich? Also erstmal müssen sich zwei einig werden. Wenn sie sich nicht einig werden, wird es sowieso schwierig. Jetzt sind sich zwei einig geworden, dann schauen wir uns an, auf welcher Basis sind sie sich einig geworden. Also ich schaue mir schon an, im ersten Schritt das, was jeder vereinbart hat, wie es finanziert werden soll. Was bleibt netto übrig? Ist das mehr als einen approbierten Gehalt oder ist es weniger? Dann stellt sich die Frage schon alleine, warum tust du das gerade, wenn das der letztendlich ja gar nicht wirtschaftlich nach vorne hilft. Der zweite Punkt ist, Lebensplanung ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Argument. Wenn ich da höre, da plant jemand eine große Familie und eine Ferienimmobilie an der Ostsee und vielleicht noch irgendwelche besonderen Hobbys zu pflegen, auch da schaue ich ran und sage, okay, das Objekt, wo ihr euch so groß einig seid, das erfüllt dir aber nicht die Lebensplanung, die du dir vorgestellt hast. Da muss man davon abraten, obwohl beispielsweise das Verfahren anerkannt ist, zwei sich einig waren, aber im Schritt, es passt einfach nicht zu den persönlichen Vorstellungen. Das ist erst mal der erste Punkt. Also das gibt es bei mir in der Beratung auch. Sagt, gerne finanziere ich sie, toller Typ, tolle Person, aber das Projekt passt nicht. So, des Weiteren schauen wir auch an, wenn ich einfach mal stumpf in die Erträge reinschaue und die kapitalisiere, ähnliches, welche Qualität hat der Mietvertrag? Gibt es da Besonderheiten, dass da ausläuft, dass da irgendwelche anderen nachteiligen Klauseln drin sind, die mich später behindern, diesen Mietvertrag mal an die Generation nach mir weiterzugeben, weil das eine ist ja der Kaufpreis und das Abwirtschaften, das Ernten in der Zeit, wo ich tätig bin und das Andere ist ja, ich möchte diesen Vermögensgegenstand Apotheke nach Möglichkeit noch wieder veräußern. Da hat der Mietvertrag eine ganz, ganz wichtige Rolle, die ich mir auch anschaue, weil ich kann auch eine Apotheke vergleichen, die ähnlich ist mit einem besseren Mietvertrag, einem schlechteren Mietvertrag. Also ist ein Projekt möglicherweise interessanter als das andere. Themen wie Personal finden in gewissen Ballungszentren fällt es vielleicht leichter als auf dem platten Land. Das sind auch alles solche Themen, die man da berücksichtigen muss. Schlichtweg, ich bin relativ stark auf dem Bereich der Lebensplanung unterwegs, schaue mir an, welche Sonderumsätze, Zyto-Umsätze, ein wunderbares Beispiel, wie bewerte ich diese, wie bewerte ich Heimumsätze, welche Seilschaften, welche Netzwerke gibt es vor Ort. Das finden Sie alles dabei. Also kurzum, ganz so einfach ist die Frage nicht zu klären, das ist denn die Stufe 2 und 3, wenn wir dann wirklich uns tief in die Augen schauen, wenn es ins Eingemachte geht. Gut, ich glaube, das war es zur Diskussion. Ich glaube, viele wesentliche Fragen haben sich im Nachgang noch. gestellt und sind auch beantwortet worden. Was es offensichtlich braucht, um das nochmal zusammenzufassen, ist ein Netzwerk aus Partnern, die gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten, zukunftsgerichtet auf ein Ziel hinarbeiten, in vertrauensvoller Zusammenarbeit. Denn Steuerberater, aber auch Bankberater, das ist eine Vertrauensperson wie Arzt und Apotheker und ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Für diese vertrauensvolle Zusammenarbeit braucht es Spezialisten und gemeinsam zum Erfolg. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Danke auch. Ja, soviel zu diesem Teil. Nach der Pause geht es dann weiter mit dem nächsten Themenkomplex Zukunftsperspektiven in der Offizien. Was erwartet mich später? Da werden wir mit den teilnehmenden Diskutanten erörtern, wie die Apotheke der Zukunft sich entwickelt und welche Perspektiven junge Pharmazeuten heute haben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020